Oh, fangen wir mal an, als ob wir das durchziehen, Digger. Was geht ihr euch, Leute? Was geht ihr? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Video und diesem wunderschönen Tag mit dabei sein, der liebe Tobias. Mit dem wunderschönen Tobias. Leute, viele Leute haben mich schon darauf angesprochen, Drehvi macht doch mal wieder ein paar Challenges sofort. Und ich dachte mir, Leute, ich bin so kacke momentan. Da macht der Challenge auf jeden Fall eine Menge Sinn und deshalb tun wir das auch heute. Und zwar werden wir heute gemeinsam die Wending Machine Challenge machen. Wir fliegen auch perfekt, wir fliegen direkt bei Wailing Woods vorbei. Ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt mal dahin, Leute. Denn wir machen folgende Challenge, Leute. Wir nehmen nur Waffen aus Wending Machines. Hier oben ist irgendwo in einer kleinen Hütte eine Wending Machine, bei rot markiert. Wir gehen erstmal nach Moisty Maya in die Wailing Woods in den Wald rein, Tobi. Holen uns da eine Menge Holz, gehen zur Wending Machine, holen uns da Waffen und killen dann alle Gegner. Bauen und alles andere ist erlaubt, aber wir dürfen keinen Loot und Waffen von anderen Gegnern aufnehmen. Kisten dürfen nicht geöffnet werden. Sondern nur Waffen, die wir in Wailing Machines gefunden haben. Munition ist eine andere Sache, das ist erlaubt. So, und ich würde sagen, Tobi, wir springen. Die hätten wir da hin. Ich hoffe mal, dass da eine Wailing Machine ist, glaube ich, drin. Da liegt auch noch ein Trank drin, so wie ich sehe. Okay, Leute, jetzt erstmal ein bisschen Holzfarm, ne, ihr kennt. Das Spielchen. Wie viel Holz hast du? Äh, 300. Okay, ich glaube, das reicht fast schon. Gucken wir erstmal, ob oben eine ist. Okay. Ähm, ja, wo soll die dann sein? In dieser kleinen Hütte drin. Die rote da oben? Ja, ich glaube, da ist eine drin, ja. Sonst ist hier vorne auch noch eine Hütte. Da könnte auch einer drin sein. Da bin ich mal gespannt hier, ne? Oh, bitte, bitte, bitte. Lass da eine Sch***s-Vending Machine drin sein. Ja, wenn nicht, müsste er so lange rumlaufen. Ja, geil, Alter. Geile Zeit, Digga. Sollen wir dann die ganze Zeit ohne Waffe rumlaufen, oder was? Ja, that's the challenge, Bros. Also hier ist auch keine bei mir. Nein? Ne. Okay, damn. Die nächste ist irgendwo in Wailing Woods drin, sehe ich gerade. Lass mal da hinlaufen, Tobi. Vielleicht ist da wenigstens einer drin, Digga. Alles, okay. Ne, klar, warum auch nicht, Digga. Okay, okay, okay. Komm schon, komm schon. Eine Waffe wäre jetzt richtig lit, Alter. Eine Waffe wäre richtig dope, Digga. Richtig chock. Hier ist auch nichts, ich höre nichts. Ja. Nein. Okay, dann müssen wir vorne beim Labyrinth gucken. Lass uns aufteilen, okay? Ich gehe zu der Hütte, du gehst zur Roten. Ja, ja. Irgendeiner wird schon irgendwo eine Wending Machine finden. Vor mir Gegner. Echt? Ne. Bei dir? Diese Karte, die ich habe, ist hier... Darfst du nicht aufmachen, Digga. Finger weg von den Kisten. Ist nicht erlaubt. Ich will sie aufmachen und gucken, was zu denen ist, okay? Nein, nicht machen. Ich nehme nichts. Nein, dann bist du noch trauriger als vorher. Ich mache. Komm schon. Ah! Eine goldene Scar. Was jetzt? Nein. Hier ist auch keine. Oh mein Gott, Alter. Hey, wieder... Ich könnte weinen. Ich weine... Tobi, wir haben immer noch keine Waffe. Ja, schafft wir schon. Komm, weiter geht's. Warte, jetzt im Gefängnis eine. Hey, ich habe gerade eine goldene Scar liegen lassen. Ich habe dir gesagt, mach sie nicht auf, dann bist du noch trauriger. Ja, ich hätte auf dich hören sollen. Meine Palette, bitte. Meine, okay. Bitte. Okay. Ja, hallo. Einmal draufhauen. Ja, hallo. Du Arsler. Oh Gott, zwei Spieler. Haben wir es gesehen? Ja, mich schon, glaube ich. Irgendwie, die sind bei mir. Er ist vorbeigelaufen an mir. Nein, aber der ist hinter mir mit einer Shotgun. Ah! Lass mich! Lauf, nein! 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 Oh Gott. Hau ab, hau ab, hau! Nein, nein, nein. Ich habe 21er Ficht. Ah! Ah! Nein! Ja, versuchen wir das doch nochmal bei einem anderen Spot. Yay! Komm, wir gehen hier oben ins Hotel. Wenn da keiner ist, dann bin ich eh im Arsch. Hä? Da warst du noch nie. Das gibt es schon seit Jahren, Digga. Wusstest du echt nicht, dass es existiert? Nein, ich habe das noch nie gesehen. Ich glaube, auch vom Sehen her noch nie gesehen. Also, macht das Sinn, aber... Ich habe es von SARS her noch nie gesehen. Ja. Ich meine, wir können ja Kisten aufmachen und die Materialien da rausnehmen. Ist da eine Wedding-Maschine? Nee, hier ist nichts. Ah! Mann! Okay, die nächste ist bei Anarchy-Eckes. Als ob auf einem Scheißfeld, wo ein Schatz Acker ist, so irgendwie in der Wedding-Maschine. Ja, ich weiß auch nicht. Lass uns doch mal hier gucken, was hier bei Rot ist. Ich glaube auch, dass diese Map, die ich habe, zu aller Schwachsinn ist, Digga. Oh! Was? Oh! Hast du eine? Nee, ich habe irgendeine Random-Challenge abgeschlossen gerade hier oben auf dem Berg. Ist so ein goldenes Ding gewesen. Hier? Ich glaube, das war diese neue Schatzkarte. Ja, Leute! Neuer Folgentitel! Nein! Nice, man, Digga! Das ist ein Gegner! Das ist ein U-Stase! Sollen wir weglaufen? Oder? Ich weiß nicht. Die werden sollen abschlachten. Nicht, wenn wir hier vorne zu dieser kleinen Hütte gehen, weil da ist sicherlich eine Wedding-Maschine. Komm mit! Bestimmt! Ja! Ja! Laufen wir weiter, Leute! Wo könnten wir noch eine Wedding-Maschine finden? Wir könnten eine bei Loot-Leg finden. Oh Gott, da sind Gegner. Oh! Aber es ist ein No-Skin, komm einfach laufen! Nee, 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 komm! Hat der dich gesehen? Hau rein! Ich bin locked. Hey! Ich mache mich auf den Weg, Bruder, ne? Zwei, eins... Ah! Ja! Ey, was? Ihr seid so schlecht! Ich muss jetzt unbedingt ein paar Kills machen und ich will jetzt, Gottverdammt nochmal, wenigstens Top Ten, Alter! Digga! Vielleicht können wir... Tobi, schau mal! Wir ziehen das durch, bis wir einen Sieg haben, komm! Was? Wir ziehen das durch, bis wir einen Sieg haben, Digga! Ich mein's ernst! Nein, 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 nein! Ich bin jetzt... Ich bin so damn motivated! Scheiße! Bei mir landet einer! Ja, das war's! Ich bin gleich locked! Haben die dich gesehen? Nee! Ja gut, dann... Ich hab mal den gefunden, Tobi! Komm zu mir! Echt? Ja! Oh Gott! Farmen Holz erstmal, ja? Hier ist halt nichts in der Nähe, wo ich irgendwas farmen könnte, abgesehen von Holz. Ja, wir nehmen die Rifle, würde ich sagen, und den Egg Launcher. Ja! Ich tu gerade? Schießen! Oh! Hier ist jemand! Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Oh Gott, ich werde beschossen! Nee, oder? Doch! Ah ja! Das ist der Typ! Das ist der Typ! Ich hab genug für die Waffe, komm her! Für die Rifle? Ja, komm! Ich auch jetzt! Okay, dann los! Okay, jetzt klatschen wir den! Wo ist denn der? Das ist ne blaue, Digga! Echt? Ich hab ne blaue bekommen, Alter! Ne blaue Rifle? Ja, Mann! Also ich weiß nicht, ob das immer so ist! Ach, ne blaue Automat hier! Ja, klar, macht Sinn! Dann müssen wir unbedingt den Egg Launcher noch holen, Digga! Digga, blaue Egg Launcher! Ich wundere mich schon, warum das 100 kostet, aber das ist ja klar, weil es blaue Automat ist! Ja, moin! Ja, moin! Der Egg Launcher kostet wieviel Stein? 300, ne? Ja! Wieviel Stein hast du? Null! Ähm... Ich weiß nicht... Warte mal, der Typverfolgung... Hab ihn lockt! Ich hab so'n Gottes Aim gehabt! Okay! Jetzt können wir foltern den jetzt! Der hat bestimmt Material! Wir foltern den jetzt! Der hatte keinen Stein! Ein Ziegelsteinhaus links! Wollen wir es einfach abbauen? Ja, komm! Pass drauf! Ich lau' auch wieder zurück in den Sturm mit dir, wenn es sein muss! Wieviel Stein hast du? Ähm... Ich hab jetzt 120! Wie viel hast du? Ähm... 100! Okay, ich hab exakt 300! Los geht's! Oh, fuck the water! Ist ich schon... Oh nein! Ich mach's! Ich muss es auch machen! Ich hab einen Medi-Kit! Ich hab auch einen Medi-Kit! Das sollten wir auf jeden Fall uns aufsparen, das Medi-Kit, Digga! Es wäre dumm, wenn wir den Egg Launcher jetzt nicht holen würden, oder? Ja! Der macht Ü... Da kannst du alle Leute locken damit! Ich sag's dir, Tobi! Der nächste Ton ist jetzt so krank weit weg, dass wir es eh verkacken! Okay, ich hab ihn! Okay, Tilted! Okay, ich hab ihn auch! Wie viel Munition hast du bekommen? 8! Ich hab 12! Hä, was? Ja, wahrscheinlich hatte ich schon 4 Munition irgendwo hergesammelt! Okay, dann wäre ich jetzt aber aggressiv geworden! Okay, Digga! Wie sieht's denn Tilted aus? Bestimmt keine Gegner mehr, oder? Ist bestimmt super ruhig in der Stadt hier! Hier hat jemand eine Kiste geöffnet! Unten, unten, unten drinnen! Äh... Hier ist schon wieder ein Gartenzwerg! Egal! Komm her, komm her, komm her! Egg Launcher! Egg Launcher! Boah, Alter, guck dir das an! Oh, Schildtränke hat er auch! Hier ist eine Palette! Wie viele Schildtränke hat er? Äh, 3! Ich trinke alle und... Da unten sind auch noch welche! Hier ist ein Gartenzwerg irgendwo, der lacht! Ja, ich weiß! Lass ihn doch lachen! Nein, ich will ihn umbringen! Ich bin glücklich! Okay, gib mal! Gib mal den Schildtränke den anderen! Hörst du das? Ja! Wo ist der? Hey, wo ist der Gartenzwerg? Was? Ich hab ihn schon wieder gehört! Hey, da unten, unter dem LKW steht der! Hä? Warte, ich mach... Soll ich aufmachen? Ich hab schon! Also, das ist für beide! Hä? Was ist denn das, Digga? Leute, schreibt uns mal bitte in die Kommentare, was was mit diesem... Okay, Tobi, Tobi, du läufst grad in die Zone! Oh, 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 oh! Wollen wir da attacken, oder? Also... Ja, hätt ich schon Bock! Ich seh sie, ich seh sie! Hinten in der Schlucht drinnen! Aber es wär dumm, wir könnten eigentlich auch in die Zone rein! Stimmt, wir machen so! Wir gehen den Berg hier hoch und warten auf die! Ich seh... Also da hinten sind welche am Laufen bei 105! Der Typ hat keinen Schiff mehr! Hey, was? Hab ich ihn lockt! In the stream! Nice! Da hinten läuft noch einer bei 105 am Berg oben! Wir sollten jetzt aber weg hier, komm! Das ist ja dumm! Digga, Top 10 ist da! Links von uns ist einer gerade den Berg runtergefallen! Wo? Da vorne, der hat richtig Damage bekommen! Der, der... Der hielt grad seinen Mate auf den genockt! Guck mal! Die haben sich hier gerade eingebaut, Tobi! Ich hab Impulsgranaten! Sollen wir, sollen wir approachen? Wir haben einen Eier-Lauter! Komm! 3, 2, 1, go! Ich hatte das nicht nach hinten gehauen! Ich leg dir die Impulsgranaten hin! Hier! Oh Gott, Tobi, das ist, das, 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 das ist... Ah, ich weiß nicht! Ja! Nice! Alter! Digga! Ich hab beide gekillt, Alter! Auf geht's! Okay! Schild, darf ich den Slap haben? Du nimmst das große Schild! Okay, Tobi! Okay, okay, okay! Das könnte, das könnte der Win werden, Digga! Hatten die noch irgendwas? Materials halt, ne? Auf dem See ist ein Spieler! Auf dem See ist ein Spieler, Tobi! Auf dem See ist ein Spieler! Die sind im Wasser! Ich weiß! Alter, mit Egglauncher hinschießen und so! Wir haben halt keine Shotgun, ne? Nice, 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 nice! Kein Ding, kein Ding! Lass uns hier einfach in dem Haus bleiben! Lass uns hier einfach in dem Haus bleiben! Okay, Tobi! Okay! Sechs Leute! Oh, fuck! Als ob wir das durchziehen, Digga! Ich hab noch ein Jump-Head! Oh, die battlen sich! Oh, eine... Ist das... Ist das eine Guided Missile? Ne, ne? Ne! Okay, gut! Guck mal, das sind zwei... Da läuft einer im Wasser, Tobi! Er hat Hits! Noch einen! Nein! Das war mein Kill! Du hast ihn wieder gestealt! Wann das soll ich machen? Ich teff halt! Okay, lass uns einfach in die nächste Zone kommen! Die schießen hier rechts! Ah ja, stimmt! Okay! Okay! Alter, fünf Leute noch! Wir zwei und da oben noch einer... Huh! Die haben mich gesehen! Komm! Warte, wir könnten in dieses kleine Kack rausgehen! Nein, 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 da werden wir zerbombt! Da werden wir zerbombt! Simt! Alter, Junge, dieser Nervenkitzel! Okay, Leute! Wir müssen jetzt so krank passiv spielen, wie es nur geht! Okay, die zwei, die zwei bewegen sich in der Mitte weg! Die sind gerade schon runtergegangen! Wenn die im Wasser sind, dann können wir die mit Egglaunchern bombardieren, ne? Ja, 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 genau, genau! Okay, die kommen runter, die kommen runter! Die teilen sich auf, die teilen sich auf, die teilen sich auf! Schieß den Weg kaputt! Das war mit Egglaunchern! Wieso fällt er nicht runter? Wieso fällt er nicht runter? Er ist runtergefallen! Hey, da ist mir jetzt oben noch gelegt! Aber ein übelst Titel! 63! Warte mal! Hinter mir! Der push, der push, der push! Der push! Der bist du gerade bei mir? Was? Nein, der ist bei mir hier! Ich dachte, du bist das! Ich kam nicht... Nein, der ist auch wieder hoch! Versteck dich bitte, irgendwie! Wo sind die andere beiden? Draußen, ne? Ja! Border? Ich weiß, ich weiß, ich weiß! Von mir ist bleib ich in der Border drin! Du bist so ein bisschen nach nichts! Wie hat er mich gehört? Wie hat er mich gehört? Oh Gott! Junge! Oh Mann! Oh Mann, ey! Gigateter ohne irgendeine Waffe aufzunehmen! Ja, guck dir die zwei auch an! Das sind auf jeden Fall richtige Bastarde! Leute! Trotzdem geiles Video geworden! War definitiv witzig! Schade, dass wir nicht gewonnen haben! Ich glaube im Duo ist es nochmal schwieriger als wenn man quasi allein spielt, dann hat man halt nicht so viele Gegner! So ist das dann leider Gottes! Aber trotzdem lustig! Leute! Lasst einen Daumen nach oben! Da schaut bei Tobi vorbei! Macht's gut! Hau da rein! Bis zum nächsten Mal! Auf Wiedersehen! Tschüss, tschüss, tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017